So, da bin ich zurück zu Part 17 und jetzt wieder im Universe Mode. Wir sind jetzt direkt in der Roar-Ausgabe nach... Nach... Wie hieß der Pay-Per-View nochmal? Da muss ich nochmal gucken. Wie hab ich den nochmal genannt? Ist ein bisschen her, dass ich aufgenommen hab. Egal, auf jeden Fall soll ich den letzten Pay-Per-View. Ach, ich find das irgendwann schon raus, wie der hieß. Spätestens zur WCW-Monded Night Show, weil es sich wieder hieß. Auf jeden Fall gab es bei diesem Pay-Per-View 1, 2, 3, 4, 5 neue Champions. Rekord, wie ich finde, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der aktuellen Roar-Ausgabe jetzt passiert. Auf jeden Fall gibt es im ersten Match The Mist gegen Boris Klay. Da könnte es um den United States-Titel gehen. Wer den als nächstes herausfordern darf, den Champion. Ach, ich geh mal auf The Mist. Und er verliert natürlich, das war klar. Auf jeden Fall glaube ich jetzt, Boris Klay hat jetzt eine gute Chance, Dolph Ziggler herauszufordern. Aber das nächste Match hat leider nicht auf der letzten Pay-Per-View-Card gepasst. Ist jetzt aber hier ein WWE Women Champion Titelmatch zwischen Eve und Karma. Ich geh mal auf Eve. Und da ich weiß, dass ich wieder falsch liege, probier ich jetzt einfach mal. Und ich liege mich falsch! Der Champion bleibt Champion. Jawohl! Das nächste Match ist ein Elimination-Tayrix-Tornado-Tag-Team-Match zwischen Primo und Epico und Dolph Ziggler und Jack Swagger. Ja, ich geh mal auf Dolph Ziggler, den United States-Champion und die All-American-American-Jack Swagger. Und die verlieren natürlich. Aha. Ich hab ja wirklich Glück heute. Das nächste Match ist ein Match zwischen CN Punk, dem ehemaligen WWE Champion, der bei der letzten Pay-Per-View-Card in ein Hell-in-The-Style-Match von John Cena. Aber ich glaub, er holt sich den Titel wieder und ich geb immer das Sack. Er gewinnt das Match. Und er gewinnt natürlich nicht. Ich kippe jetzt am besten nicht mehr. Für Jeyko gewinnt das Fall-Scout-Animary-Match und der Main-Event. Macht euch mal gefasst. Es ist ein geiler Main-Event. Und zwar zwischen John Cena, dem WWE Champion, und The Rock, The Great One, The Brahma Bull. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal das Match. Und ich geh jetzt vor, sag schon mal vor, ich geh auf John Cena, der Champion, den Titel verteidigen. Und The Rock damit erstmal die Niederlage einstecken lassen. Auf jeden Fall, los geht's. So, John Cena, wo weißt es? Da, The Rock. Der Felsen, gegen den Felsen. Mal gucken, wer da gewinnt. Ich geh auf jeden Fall, wie gesagt, gerade schon auf John Cena. Aber ich lass mich trotzdem erraschen. Neeeah! He's cooking. The Rock kommt. The Great One. Er versucht, für uns hier da jetzt in den Arsch zu treten, wie er so gerne sagt. Am besten, boots to asses. Versuch er zu machen. Ja, alter Poser, du. Wie gesagt, im Moment ist er ja aktuell WWE Champion, aber meiner Ansicht nach hat er es sich nicht verdient, weil er für die paar Auftritte im Jahr in den WWE Titel zu geben, würde ich nicht machen. Das ist meine Meinung, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, aber das ist meine Meinung, er hat es sich einfach nicht verdient. Ey! Ey! Hallo! Bist du bekloppt? Ey, Big Show, bist du bekloppt? Ey, Big Show, bist du bekloppt? Oh, was hier? Ja, ich bin jetzt sicher. Aus Proper. Und das ist ja überhaupt nicht. Ein schöner Whip-in in die Ringecke und klatscht an der Ringpfosten. Aber jetzt ist es überhaupt ein Drücker? Oh. Oh! Oh! Schön aufs Knie! Schöner Kick! Jetzt hat er schon... Was hört er vor? Und wieder aufs Knie! Wieder aufs Knie! Und jetzt auf die Arme! Und jetzt ist natürlich der Trick auf die Brust! Franzina kommt jetzt aber zurück mit einer Fist! Und ein Ausheber! Ja! Wrestling Skills! So! Whip in in die Ringecke! Was ist er davor? Er sitzt ihn oben drauf! Und jetzt ein... Back! Back Suplex! Ein Super Back Suplex! Und Sina... Headlock! Und jetzt... Was hat er davor? Ein... Suplex! Headlock! Und jetzt... Was hat er davor? Autos erst mal aufm Kopf! Und Sina... Headlock! Und jetzt wieder... Ein Ausleber! Ein Ausleber! Fist... In dem Bau! Er tritt in den Bau! Und jetzt wieder... Fisch! Jetzt ist der Rock wieder dran! Und Sidework! Nee, was sag ich schon... Sid... Nee! Was erzähl ich denn hier? Ach egal! Weil... Ich bin schon vorbei! Seit Ocean Next Street! Genau! Und ein... DDT! Ist ja davor! So! Ist gerade ziemlich am Drucker! Also ziemlich! Und jetzt... Und John Cena gewinnt das... Pink... Kraftbeweis! Und... Back Suplex! Und John Cena jetzt am Druck! Und jetzt geht er auch aufm Fuß! Ja... Aufm Fuß sagt er... Aufs Bein! Jetzt hat er gesagt... Aufs Knie! Oh... Whip in! Reversal! Und Fist! Und weiter auf so... Immer weiter aufm Kopf! Der ist jetzt ziemlich angeschlagen schon! Das hat schon Cena vor! Ey! Rast du hier nicht gleich aus! Benziner! Ja! Leg ihn oben drauf! Und jetzt! Was hat er vor? Ey! 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 Ö! ich habe es noch bis 6 geschafft, hat John Cena endlich hoch und jetzt ist er Kraftbeweis und John Cena gewinnt natürlich wieder, ah schon wieder, was ist da davor, Wiederaufnahme, mehr Woll, und Cover, ah schade, nur bis 1, Tritt in den Magen ging, und, ah, dachte schon, boah, Pfeiflack-Gel-Shuffle war das und jetzt, aber ein ganz kurzer Pfeiflack-Gel-Shuffle, und jetzt, ja, Musik auch noch, jawohl, dann ziehen wir mit einem Whip in um die Ringecke, und schlägt ihn, und jetzt setzt er ihn oben drauf, er setzt ihn oben drauf, und jetzt ein, er solltet ihn zu, ein Superplex, setzt er uns hin davor, warte, bis er aufsteht, und Attitude Adjustment, Ansatz, und Attitude Adjustment, und jetzt Cover, 1, 2, 3, jawohl, jawohl, John Cena gewinnt, geht doch, richtig getippt, der Champ hat gewonnen, Champ ist in der Haus, kann Big Show eingreifen, wie er will, denn Cena setzt sich durch, gegen, so, damit er wieder, glaube ich, schon ein Anwalt auf seinen Titel, abgewehrt, ja, jawohl, jawohl, ich gebe ihm seinen Titel jetzt, ich gebe ihm seinen Titel jetzt, ich gebe ihm seinen Titel, ich gebe ihn, sagt er, wenn nichts mehr passiert, dann sieht so aus, ja, und das war's auch schon wieder, Videoausgabe, mit einem jubelnden, jubelnden Champ, der so oft fertig gemacht hat, und seid ihr ruhig gespannt, was, was dann bis zu W passiert, das ist ja auch ein neuer Champ, und zwar du glaubst, mal gucken, was da passiert, bis dahin verabschiede ich mich erstmal, und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Sabiurabi, ich hör auf die Universe Month, also bis dahin, hau da rein, und tschausen.